Lifestyle of the poor and dangerous. Also wenn das eben kein Marketing ist, jeder rennt jetzt eben rum mit der Werbung, es passt auch. Sehr schön, die Qualität ist ganz nice und um in Stimmung zu kommen, trinken wir jetzt glaube ich mal weiter. Ja, leider keine Cola mehr am Start, da muss ich mir jetzt neue holen und vielleicht ziehen wir auch das eine oder andere Accessoire eben von vergangenen Europameisterschaften an. Ja, hängt hier immer noch rum, ja, muss man vielleicht mal entstauben, aber das könnte gut an mir aussehen eben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja 1, 2, 3, 4. Ja! Ja! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja.